Vikasita Kamalasana ist der blühende Lotus, der sich öffnende Lotus. Es ist eine Stellung, die Gleichgewicht und Kraft und Grazie fördert. Von der Sitzhaltung ausgehend, beuge die Knie und hebe sie hoch auf die Arme. Gib die Unterschenkel oder sogar die Fasen auf die Schultern. Dann hebe die Arme zur Seite hin und so ist es so, als ob du erblühst wie ein Lotus. Diese Stellung soll dir auch das Gefühl geben zu erblühen. Deine Chakras können sich auch öffnen wie ein Lotus. Die Stellung ist gut für den Rücken, für die Wirbelsäule und hilft dir auch Gleichgewicht zu entwickeln, wie auch die Flexibilität in den Hüften und die Stärke in den Armen.